Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, unsere Arbeitsplätze auf Ziele. Auf ganz hohe Kapitale von der Ziele. Gehen Sie bitte zurück auf. Jetzt, ja, jetzt sind Sie da, hier, oder jetzt sind wir vorhin, dass ich hier in jederzeit unangeregelt habe in der Erde, wie wir in jedem Fall die Pferde für die Schwerstelle haben, in jedem Fall die Organisation, die beschäftigt waren. Was sind die Anstrengungen, die letzten Tage haben wir verhindert, was wir tun? Wir haben das auch ein bisschen kommuniziert, dass der Zugruf ist, wir haben das gerade gesehen, an der ersten Straße. Vielen Dank, die Kinder, dass sie ein absolut geiles Glück haben, den ich schüttelte, dass ihr da seid, ich schüttelte, dass ihr da seid. Vielen Dank.